Günther Föck's Sprache ist Malerei. Mit ihr formuliert er das, was er gesehen hat, in der Welt und in der Kunstgeschichte. Seine großformatigen Gitterbilder bilden einen der Höhepunkte in seinem Oeuvre. In ihnen trifft geometrische Stränge auf expressive Spontanität. Föck ist ein Flaneur auf den Faden der Kunstgeschichte. Mondrians New Yorker Grit oder Colorfield Paintings von Clifford Still sind präsent. Gleichzeitig wird aber auch mit ihnen gerungen. Das Ergebnis ist kraftvoll, markant und von hoher Wiedererkennbarkeit. Föcks Bilder begeistern. Föck erreicht in seinen berühmten Gitterbildern eine enorme Farbwucht und Stärke, die allein aus der Leuchtkraft der Farben und dem Kontrast aus Fläche und Struktur gewonnen wird. Föcks Bilder begeistern in ihrem Widerspruch. Sie sind monumental und doch wie im Vorübergehen gemalt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 일단en Gitterbilder Vielen Dank.